Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik im Internet zu finden auf klemmbaustein-lyrik.de und auch abrufbar bei 1000steine.de. Mein Name ist Kaulius und ich stelle hier Sets vor, die sich insbesondere für erwachsene eigenen Lego-Sets sind, es wie auch dieses Set 10232, das allein schon durch den finanziellen Aufwand, den man dafür betreiben muss, nämlich knapp 140 Euro kostet das Ganze. Und auch den menschlichen Faktoren, nämlich über 2000 Teile sind es, die verbaut werden wollen, nämlich 2194 durchaus deutlich darauf hinweist, dass hier eine ein oder andere Erwachsene sicherlich die Zielgruppe ist. Wir haben zwar auch schon mit einem etwas Jüngeren zusammengebaut, der hat das dann auch sehr gut gemacht unter Anleitung, aber es ist tatsächlich etwas, was glaube ich jetzt nichts ist, was man unter dem Weihnachtsbaum so einfach mal schnell hinbaut. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, es geht um das Palace Cinema, also ein Kino, das hier gebaut wird. Das Ganze in der Reihe Lego Creator, beziehungsweise in Bauen mit Modulen. Da gibt es nämlich so eine ganze Reihe aus dieser Serie, wo dann entsprechende Häuser von durchaus stadtlicher Größe dann zusammengebaut werden, nämlich das Rathaus, die Zoohandlung, die Feuerwache und das große Kaufhaus. Ja, da gibt es eben auch ein Kino. Wir sehen hier also schon eine ganze Menge, einige Zellteile, die auseinandergenommen, beziehungsweise dann zusammengesteckt werden wollen und eine rote Grundplatte. Das ist dann auch tatsächlich die unterste Platte, wo das Haus dann drauf gebaut wird. Und ich kann schon mal so viel vorwegnehmen, es ist meiner Ansicht nach eins der schönsten Lego-Sets, die ich überhaupt bisher kennengelernt habe. Und das sind schon einige gewesen, die ich hier ja schon vorgestellt habe. Ja, viele Tüten und ich sagte ja schon, man braucht ein bisschen, bis man das zusammengebaut hat. Ich würde mal sagen, so fünf Stunden kann man da durchaus rechnen. Also je nachdem und je nach Zeit, Kontingent kann das sich also schon ein bisschen hinziehen. So sieht es auf der Packung aus. Und wenn wir es gebaut haben, dann ist es nämlich so. Und da sieht man schon, das ist schon ganz stattlich, nämlich immerhin 38 Zentimeter hoch, 25,5 Zentimeter breit und genauso tief. Und da oben sehen wir schon so eine Scheibe. Da könnte man theoretisch wahrscheinlich auch noch eine Uhr einbauen. Was jetzt nicht das Highlight dieses Sets ist, das sind, glaube ich, die entsprechenden Minifiguren. Hier haben wir einen Mann und eine Frau, namenlos. Das sind eigentlich einfach nur laut Beschreibung ein weiblicher und ein männlicher Gast. Wir befinden uns nämlich bei einer Premiere, deswegen hier übrigens auch dieser etwas feinere Zwirn, den die beiden anhaben. So würde ich jetzt, muss ich gestehen, nicht unbedingt ins Kino gehen. Ja, ansonsten, wir haben ein bisschen was draufgedrückt. Gibt auch nur ein Gesicht, also es lohnt sich nicht, die Haare wegzunehmen. Und es gibt sowieso, das werden wir nachher sehen, nur ein Gesicht. Ich sage ja schon, die Minifiguren sind es jetzt nicht, weshalb man die Set kaufen sollte. Der Herr links in blau, das ist übrigens ein Mitarbeiter des Kinos und der Herr rechts ist ein Chauffeur. Ja, haben zwar die gleiche Kappe, aber die Farbe macht es hier eben und macht dann eben auch aus einem Chauffeur einen Mitarbeiter oder andersrum. Ja, die Fliege. Ist auch schön. Wir sehen schon hier, auch irgendwie dieses Gesicht haben wir doch gerade eben schon mal gesehen. Kann das sein? Déjà-vu? Naja, jetzt haben wir hier noch zwei. Der links hat immerhin noch einen schönen Schlapphut auf. Könnte gerade von Indiana Jones kommen. Und eine Kamera in der Hand. Eine riesige Kamera. Und rechts die Dame, die hat kurze Füße. Das ist jetzt kein Hobbit, sondern das ist laut Beschreibung eine Kinderschauspielerin. Das ist der Star, der nämlich mit der Limousine ankommt. Und unser Paparazzi hier hat sich immerhin eine Krawatte umgebunden. So muss es dann auch sein. Hier schöne Scherpe drum. Sagen wir mal so, auch eher so 30er-Jahre-Look. Aber so waren sie ja die Kinderstars damals, nicht? So, und jetzt bitte mal hier erkennen, welches Gesicht ist anders als das andere. Also schön sechsmal das gleiche Gesicht. Und ja, da hätte man ja vielleicht ein bisschen mal. Aber sie freuen sich alle. Was will man mehr als einfach ein Lächeln, wenn man dieses Set hier sieht? Da haben wir die schwarze Limousine, die zu diesem Set dann auch gehört. Da ist dann auch der Chauffeur jetzt drin und unser Kinderstar. Praktisch bei ihm mit den kurzen Beinen. Der muss ihn nicht mal hinsetzen. Vorne eine Scheibe. Also auch schon allein dieser Wagen ist eigentlich ein netter Hingucker. Ist zwar nur so ein kleines Beiwerk, aber wir finden, der Limousinencharakter kommt durchaus gut raus. Auch mit diesen kleinen hier Rückspiegeln und einen kleinen Steuerrad haben wir auch. Nun, das ist Standard. Und ja, wie Sie sehen, hinten also so einen kleinen Kofferraum noch, den wir allerdings nicht aufmachen können. Ein paar Lampen und dann noch eine Strohstange, die auch drin ist. Von unten sieht es auch nicht ungewöhnlich aus. Und es fährt immerhin. Also, wenn man es denn bewegt. Und ja, auch die Türen können wir aufmachen. Ja, sonst wird der Kinderstar ja mit seinen kurzen Beinen auch nicht rauskommen. Also muss die Türen auch entsprechend aufgehen. Gilt allerdings nicht für den Fahrer. Der muss dann nach hinten kraxeln. So, sehen wir jetzt mal. Wir fahren jetzt vor. Da ist die große Premiere gerade im Gange bei unserem Palace Cinema. Die beiden Gäste stehen schon vorne. Der Paparazzi hat seine Kamera gespannt. Und unser Mitarbeiter hält die Tür auf. Wir haben ein bisschen Zeit, mal uns das Ganze ein bisschen anzugucken. Hier sind auch ein paar Filmplakate schon angebracht. Und wir sehen hier schon, man hat da viel Liebe zum Detail. The Brick Separator haben wir da zum Beispiel links. Bricks, wer in Englisch nicht so gut kann. Das sind Lego-Steine zum Beispiel. Mystery on the Monorail und rechts Forever Sorting. Das kennt jeder, der irgendwie schon mal solche großen Sets zusammengebaut hat. Oben so ein kleines Geländer sehen wir zum Beispiel beim zweiten Stockwerk. Rechts sehen wir auch schon bei der Anzeige, da ist auch Palace. Und oben, da haben wir dann sogar noch so ein richtig schönes Dach drauf. Und da sehen wir auch vorne noch so ein Dach. Hinten ein bisschen Tasch der Phase. Allein schon diese Worte da aus diesen kleinen Steinchen zu bilden. Ich habe das dann einfach nachgebaut und gedacht, warum muss ich hier mal was Weißes, mal was Blaues setzen. Und plötzlich stand da Palace. Tickets kosten nur mal 30 Cent. Das waren noch Zeiten. Dafür gibt es aber auch nur drei Vorstellungen am Tag. Und wie hier wird gerade gespielt, Three Clicks and a Snap. Ja, mit Minifiguren, die dann dort als Schauspieler auftreten. Da liegt noch ein schöner 100-Dollar-Schein oder was auch immer. Und unser entsprechender Mitarbeiter hält die Tür auf. Hier unten sehen wir auch so Sterne. Das gehört natürlich zu jedem Walk of Fame dazu. Und abgesperrt ist auch. Das muss natürlich auch sein, wenn der Kinderstar gleich kommt. Vorne, wie gesagt, da ist diese Scheibe. Und die Dinger hier können wir auch so ein bisschen bewegen. Das würde man jetzt vielleicht eher bei Hogwarts vermuten. Aber, na gut, hier beim Kino passt ja auch Harry Potter. Läuft hier sicherlich auch. Unser Dach können wir übrigens ein bisschen bewegen. Ja, wenn es oben ein bisschen ziehen soll, können wir es also wegklappen. Das hat, glaube ich, bautechnische Gründe. Auch dieses Teil lässt sich zumindest leicht hin und her ruckeln. Da sind so entsprechende Mechanismen drin. Aber ist, glaube ich, nicht wirklich dafür gedacht, da jetzt große Bewegungen mit diesem Dach zu machen. So, jetzt gucken wir mal da vorne. Hier können wir jetzt einchecken. Da können wir jetzt rein. Drinnen noch ein bisschen dunkel. Fehlt ein bisschen Licht. Aber das werden wir gleich noch ein bisschen genauer angucken. Hier sind wir jetzt erstmal an der Seite des Gebäudes. Zwei Scheinwerfer sind auch dabei. Auch eher so dieser etwas älteres Stil. Aber auch das gehört natürlich dazu, wenn der Kinderstar ja anläuft. Und hier können wir Karten kaufen. Ist wahrscheinlich gerade ausverkauft. Deswegen ist unser Mitarbeiter jetzt hier nicht an der Kasse. Das sehen wir aber nachher nochmal, wie er dort seine Karten verkaufen kann. Das sind zwei Schlitze, zwei Anstellmöglichkeiten. Und da drin sehen wir auch schon, dass also im Gebäude einiges los ist. Das gucken wir uns dann natürlich auch ein bisschen genauer noch an. Nochmal die schönen alten Ticketpreise, die einem die Augen tränen lassen. Und nochmal so ein Dach, das man theoretisch wieder bewegen kann. Was, wie gesagt, aber nicht unbedingt sein muss. Im zweiten Stockwerk sehen wir da übrigens diese Rundfenster. Die sind offen. Die anderen sind mit einer entsprechenden Scheibe belegt. Vielleicht, warum auch immer, vielleicht gab es so runde Teile nicht. Hier an den Seiten sehen wir schon, da ist vorbereitet, dass man dann entsprechend, wie gesagt, Module bauen, das nächste Gebäude ranklicken kann. Ist eigentlich fast schade, weil dann sieht man zum Beispiel nicht mehr, dass hier an der Seite der Putz abbröckelt. Das ist eigentlich ein nettes kleines Gimmick, finde ich, an der Seite. Und ja, das fällt dann eben weg. Gucken wir mal von oben rein. Da hat man einfach mal so eine Dachluke eingebaut, die eine ganz normale Tür ist. Ja, warum sollte es kompliziert sein, wenn es auch einfach geht? Da sehen wir, ansonsten ist ja eher Staffage. Aber, nun ja, wir haben eben eine Dachterrasse. Da können wir zum Beispiel auch dann mal ein Figürchen hinstellen. Da sehen wir auch schon, dass die Treppe da auch hochführt. Und man muss nicht unbedingt da jetzt an der Fassade hochklettern, kann also hier durch. Und Spider-Man könnte natürlich das dann von außen auch nochmal machen. Hinten hat er allerdings wenig Möglichkeiten, sich irgendwo festzumachen. Da ist nämlich alles dann entsprechend glatt. Da passt wahrscheinlich dann auch das nächste Gebäude ran. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal von innen an. Und das Schöne ist, es lässt sich sehr einfach auseinandernehmen. Eigentlich mehr oder weniger einfach nur abnehmen. Sie haken so ein bisschen ein, aber das ist wirklich überhaupt kein Problem, hier das Dach entsprechend abzunehmen. Es sind eigentlich nur so zwei, drei Nöpsel, die das dann festhalten. So, jetzt sehen wir nochmal von außen. Und dann gucken wir hier rein und sind, finde ich, schon mal gleich auf den ersten Blick begeistert. Also ich bin zumindest. Sechs Sitze haben wir hier. Wir sehen, da sind auch so kleine Scharniere. Die können wir umklappen. Typisch wie im Kino das ja ist. Die können hoch und runter, wenn auch hier mehr die Rückenlehne bedacht ist. Und insbesondere dieser kleine Projektor hat es mir ja angetan. Da ist auch noch so ein kleiner Vorführerstuhl. Aber der Projektor ist ja mit so ein paar Legosteinen ziemlich herzallerliebst gestaltet. Den gucken wir uns gleich auch nochmal genauer an. Und hier haben wir dann unsere beiden männlichen und weiblichen Zuschauer, die sich dort jetzt vor die Leinwand gesetzt haben. Die, finde ich, auch klasse geworden ist. Kleines Filmchen läuft da ja auch, sehen wir gerade. So ein kleiner Ausdruck, so ein Aufkleber. Aber richtig mit so einer kleinen Gardine, wenn auch starr, drumherum. Das ist schon, finde ich, richtig klasse und macht Freude, sich das auch mal anzugucken. Hier nochmal der Projektor. Also man sieht, das sind nur so ein paar Legosteine. Und das macht, finde ich, so ein bisschen ja vielleicht auch diese Magie von Lego aus, dass man mit so wenigen Sachen, wenn auch vielleicht etwas abstrakt, doch aber sehr konkret für sich da erkennt, was denn da gemeint ist. So, jetzt wackelt es ein bisschen, macht aber nichts. So, Kamera fest und wir nehmen die nächste Ebene ab und gucken uns mal an, was denn jetzt die Erdgeschossebene für uns bereithält. So, einfach nur abnehmen. Auch da sind es eigentlich nur so drei, vier Nöpsel, die das Ganze festhalten. Also kein Problem ist abzunehmen. Vorne das Schild Palace bleibt dran und wir steigen jetzt mal ein. Da ist die Treppe, die bezeichnet wird als jetzt besonders majestätisch in der Anleitung. Nun ja, es ist eben eine Treppe. Aber dafür hat es der Rest in sich. Hier haben wir jetzt wieder die Möglichkeit, ja, die Karten zu verkaufen. Das ist dieser Tresen dort, wen wir vorhin schon von der anderen Seite gesehen haben. Ein bisschen grün haben wir da auch. Und ein paar Lampen sehen wir links. So, jetzt drehen wir uns nochmal ein bisschen weiter rein. Mit der Kamera ein bisschen schwierig da reinzukommen. Da sind die Schilder jetzt nochmal von der anderen Seite. Und da haben wir die Snackbar. Da gibt es also auch so ein bisschen was, was auch immer das sein mag. Kann irgendwie Getränke sein wahrscheinlich da hinten an diesen Haken, beziehungsweise an den Haaren. Und da rechts ist so eine Art Mikrowelle, vielleicht so ein Ofen. Da sind auch so ein paar Sachen drin. Hier gibt es auch so ein paar Getränkedosen schon mal vorbereitet und und und. Ja, also auch nett gestaltet. Jetzt sehen wir von der anderen Seite nochmal, wenn unser hier Verkäufer der Eintrittskarten dann mal an seiner Kasse ist, wenn er nicht gerade die Tür aufhält, dann sieht es auch so aus, als wenn er eine Karte verkauft. Da kriegt er zwar gerade einen Geldschein, macht aber nichts. Kann er sicherlich auch mit um. Da haben wir jetzt die Tür und jetzt sehen wir schon, wenn wir da oben das Dach und den ersten Stock weggenommen haben, dann ist schon mal gleich alles viel heller. Ja, dann, wenn wir da jetzt reingehen, sehen wir auch ein bisschen mehr. Da sehen wir hinten diese Lampen wieder, vorne ein bisschen was Grünes. Und wie einfach das Ganze wieder zusammenzustecken ist, das sehen wir hier. Das ist wirklich erzallerliebst einfach und insbesondere so massiv gebaut, dass einem dann auch nicht jedes Mal alles um die Ohren beziehungsweise runterfällt. Ja, diese komische goldene Scheibe vorne. Ja, mir fällt doch noch was runter. Da sieht man, wäre doch schick gewesen, wenn da eine Uhr gewesen wäre. Ja, nun ja, aber es hat, finde ich, so ein bisschen was wie bei Zurück in die Zukunft. Da ist jetzt allerdings mehr eine Uhr, aber vom Styling dieser Vorderseite, wenn man mal dieses Pelle-Schild da wegnimmt. Nun ja, so, jetzt bauen wir das Ganze wieder auf. Unsere Kinderstar fährt wieder vor. Wir haben unseren Paparazzi, den wir wieder hinstellen. Und dann werfen wir jetzt gleich noch mal wieder einen Blick auf das Gesamtensemble, wenn ich hier entsprechend mit den Vorbereitungen fertig bin. So, ab geht's, Kamera und Action. Ab geht's, hier wieder die wilde Kamerafahrt. Oben sehen wir wieder den Vorführraum mit den offenen Fenstern. Hat von der Seite, finde ich, fast so ein bisschen was von der Kathedrale. Da ist der Kinderstar, muss nicht selber fahren, ist ja auch noch ein Kind. Das darf man dann so tolerieren. Hier wieder das Pelle-Schild. Ja, das ist so ein bisschen Viva-Style, wie ich da gerade mit der Kamera hin und her fahre. Aber gleich wird's wieder etwas ruhiger. So, Kamera abgestellt und los geht's mit einem Blick auch noch in die Anleitung. Hier sehen wir so, was also möglich ist. Und was vor allem schön ist, dass man eben in drei Stufen bauen kann. Wenn man will, kann man sich's also nett zusammenstellen, dass man mit mehreren baut. Dann kann man wirklich getrennt voneinander entsprechend die Stockwerke erstellen. Und das macht's ja dann auch ganz angenehm, wenn man denn mal den kommunikativen und dann auch zusammengehörigen Bauerlebnisstil pflegen will. Da sehen wir, wie es gebaut wird. Unten große Fenster zum Beispiel. Das ist der erste Stock. Dafür gibt's auch extra das erste Heft. Das zweite Heft ist dann der nächste Stock. Und da sehen wir noch zwei Minifiguren, ja, Mann und Frau. Und da sehen wir auch, wie dieser Vorführraum dann langsam entsteht. Ja, auch mit den entsprechenden Fenstern und der offenen Gestaltung eben oben herum. So, dann ist auch die Treppe drin. Und wir können den dritten Stock bauen. Und der sieht dann eben so aus. Der zweite geht, glaube ich, fast am schnellsten, ähnlich wie der dritte. Der erste braucht noch am längsten. Also, wenn man das so ein bisschen gemeinsam timen will, sollte man das vielleicht im Hinterkopf haben. So, da ist fertig. Wenn man möchte, kann man sich nochmal alle Steine, die man dafür verbaut, dann angucken. Und so sehen wir, wenn das Ganze noch zusammengestellt wird, mit dem Rathaus. Das war da gerade eben links. Und daneben noch das Zoo-Fachgeschäft. Das sehen wir jetzt gleich auch nochmal. Dann auf der Packung hier links das Rathaus. Daneben dann die Zoo-Handlung. Ja, und dann unser Kino. Das Rathaus übrigens das teuerste. Das kostet fast 180 Euro, sollte man nur im Hinterkopf haben, wenn man diese Sammelwut hier tatsächlich beginnen will. Und das Ärgerliche ist, wenn man erstmal mit einem dieser Häuser angefangen hat, will man, glaube ich, irgendwie auch die anderen. Also Vorsicht, wenn man hier diese Sets in die Hand nimmt. Das kann teuer werden. Ich sagte ja, es gibt ja schon eine ganze Reihe davon. Hier sehen wir so ein paar Impressionen, wie das Ganze dann von innen aussehen kann, wenn man das so schön drapieren möchte. Hier sieht man auch, dass man oben auf dem Dach zum Beispiel dann verliebt, Herr, Herr und Frau, Frau, dann sitzen kann. Da ist dann auch ein bisschen möglich, dann sich alles in dem Vorführraum anzusehen. Und da war die Snackbar. Ja, ich sagte ja schon, eins der schönsten Sets, die ich bisher kennengelernt habe. Richtig schön massiv und richtig nette Ideen drin. Vielleicht hier und da hätte man einen Tick noch mehr machen können. Vielleicht am Dach. Aber das ist Leiden auf so hohem Niveau, dass ich befürchte, ich werde mir auch die anderen Sets nach und nach kaufen können müssen. Sollen Seiten, Lego oder irgendjemand an einsehen und stellt mir mal so einen Teil als Rezensionsexemplar zur Verfügung. Ja, gut. Wenn hier keiner hier schreit, muss ich mal schauen, was mein Konto so sagt. Wobei mein eigener Fable natürlich auch so ein bisschen noch beim Kino selber liegt, was damit zu tun hat, dass ich selber gerne ins Kino gehe. Ich verweise nun mal auf besta-film.de, den Podcast. Da wird man meine Stimme, wenn man möchte, gerne wiederhören. Ja, aber zum Schluss jetzt mit Eigenwerbung hin zu diesem Set und zu dem Wunsch, es haben zu wollen. Ja, damit lasse ich euch und sie jetzt in den Rest des Tages. Sage auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Und freue mich, wenn wieder eingeschaltet wird hier auf klemmbaustein.de und abrufbar das Ganze auch über 1000steine.de. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal.